ich habe nur 1 2 schaden gemacht also ja palle schenkt den guten hier diesmal was du geschrieben hast kolder kold raub 1 4 0 hey du bist level 321 ach nö Was ist er persönlich? Es hat sich die Anforderung an. Okay. ein auto ja nicht ganz neun ich sage jetzt nicht was soll ich dem markieren muss kurz zurück wieso damit nicht das hat ja nichts trainer jetzt ja doch doch nicht so viel wie viel geld hast du jetzt 300 oder 200 und wieder abwärts so ist das leben mit dir schon ja da hat jetzt einen platten auf reisen für er kim ist natürlich auch noch da ja logo ja was wir als er die welt ohne him Oh, wegen dir habe ich jetzt einen Steher, mein noh. Ja, mach es nicht schlimmer, jetzt ins 2. Hätten wir so und so bekommen, also. Soll ich jetzt mal einen vollen Trick zeigen? Ja, du hast es dann los, ich nicht. Fick dich. Ah, ich habe es auch los, warum habe ich es auch los? Lester, die Schwester. Oh, der hat richtig geile, diese Junge. Oh, ja, aber du haben mir eh noch nichts. Aber wir könnten ja viele Vorräte kaufen, äh, stellen. Weil die haben eh wieder fast gar keine mehr. Hast du so wenig geholt, oder was? Ist das so wenig? Ne, ich habe dir einmal die Vorräte voll. Und die verbrauchen jetzt halt schon extrem viel. Hast du schon eine Erweiterung gekauft? Eben nicht. Auf die spare ich jetzt. Wie viel kostet die? 1,17 Millionen, glaube ich. Ich guck's an. Hast du angezeigt, dass wir holen? Ja, ich... Gott hat es an. Aber du weißt doch, dass du mich nicht eingeladen hast, ne? Ach, Mann. Ich doi. Ja, lad mich trotzdem mal ein. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, du musst mir halt nachfahren. Ja, lad mich einfach mal an. Vielleicht funktioniert's ja. Es geht nicht. Aber Gott, schau. Und schon wieder, nur Feierkrimi. Alter, jetzt bin ich bald gar nicht mit. Hast du die Gewinne schon runtergesetzt? Ne, ich habe normal 50%. Ja, also, ich müsste normalerweise alle zwei Games gewinnen. Ja, ne, es ist immer 50-50. Ah. Die 50 ist ja bei jedem Spiel neu, logischerweise. Es kann sein, dass du 10 Mal verlierst und dann 20 Mal gewinnst oder so. Hey, ein rotes Auto. LKW. Ne, ne, ne. Auf der Autobahn. Ah, ne, nicht Autobahn. Kurz vor der Innenstadt. Oh Gott. Ob das funktioniert? Nein. Du hast zu wenig gedreht. Wie sieht. Ah, es hat trotzdem geil ausgesöhnt. Oh, da unten sind ein paar Gegner. Hey. Hey. Hey, Bose. Hey, Bose. Wir schießen nur noch Gegner. Oh, warte mal. Was machst du? Ja, ich muss mit einer Signalfackel markieren. Ah. Ja, hat dich nicht mal gebraucht. Ich muss den Wagen zerstören, wo ich drin sitze. Ist. Das knallt im Hintergrund die ganze Zeit. An. Was? Ah, irgendwelche Brücken mussten jetzt im Feuerwerk eine Batterie zünden. Feuerwerksbatterie. Okay. Ich glaub das ist jetzt die dritte was sie zünden. Okay. Ach, wenn's ihnen gefällt. Ich stehe wieder da. Mhm. Ich hab ja keine mobilen Daten mehr. Mama. Ja, auf der falschen Fertig gelandet. Wollst nicht mehr mitfahren oder was? Ja, komm, da kann ich gleich nochmal stehlen. Das war jetzt viel zu wenig. Den mag ich noch mal was so schön ist. Völlig so schön. Ich bin so schlau bin dran. Elend bestätigen. Du trottel. Ja. Sehr gern. Komm, einsteigen. Sorry. Muss halt nur mitfahren. Ist auch schön, oder? Bullen. Ja du, ich nicht. Was hast du gesagt? Läster anrufen. Ja, ich hab keine Bullen. Hi. What service are you looking for? Ja, ich hab keine Bullen. Okay, mein Freund. Jetzt nicht mehr, oder? Oh, ja. Oh. Okay. Ja, ich hab keine Bullen. Ich hab keine Bullen. Das ist der da oben? Und dringend nebenbei wieder der im Van. Nein, ich muss morgen arbeiten, also. Ich muss morgen um 5 Auto fahren. Ah, was? Woher müssen wir? Wir müssen. Ich habe irgendwie Angst, dass da drin extrem viele Leute sind. Wie's mir ich gedacht hab. Wow, mega viele Leute. Oh, komm mit, komm mit. Nö. Okay, dann fahr ich gleich. Hab sie schon. Tschüss. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du musst um fünf Autofahren schon. Ja. Also um halb fünf aufstehen oder um vier. Nee, 20 vor. Ja, 20 vor. So, jetzt M. Einladen. Postsuchen. Ende. Jetzt habe ich endlich nicht vergessen. Wohin muss ich denn euch fahren? Ja.